Lebensmittelhersteller rufen zurzeit zahlreiche Pizzaprodukte zurück. Dabei handelt es sich um backfertigen Teig zum Ausrollen mit beiliegender Tomatensauce. In den Tomatensaucegläsern können sich kleine Metallteile befinden. Die Tomatensauce sollte nicht verzehrt werden. Der Teig hingegen kann unbedenklich zubereitet und gegessen werden. Einfacher ist es jedoch, das komplette Produkt im Supermarkt zurückzugeben und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. Von der Rückholaktion betroffen ist der Jahr backfertiger Pizzateig von Rewe mit dem Haltbarkeitsdatum vom 26.07. bis 22.08. Die gut und günstig Pizzabox von Edeka, haltbar bis einschließlich 23.08. Der Penny Ready backfertiger Pizzateig vom Penny Markt, haltbar bis einschließlich 7.08. Der Mondo Italiano Pizzateig von Netto Markendiscount, haltbar bis einschließlich 23.08. Die Bacchini Pizza Kombi von Netto Stabenhagen und Handelshof, haltbar bis einschließlich 21. August. Die Chef Select & You Pizza Kombi von Lidl Deutschland, haltbar vom 22.07. bis einschließlich 22.08. Und der Cucina Pizzateig mit Tomatensauce von Aldi Süd, haltbar vom 17.07. bis 16.08. Und der Cucina Pizzateig mit Tomatensauce von